Hörst du dich sauber? Was hast du denn du da? Ich habe nur eine dabei, die wollen mich das ganze Jahr ärgern. Junge Dieseln haben wir schon so lange geschwandt, schau her. Zeig her. Da hat es sich ja gewendet, da habe ich es gerade angerissen. Aber da sieht man es ja ganz deutlich. Der kleine Scheißer hat seinen Scheißer. Du bist nicht der Scheißer, das ist der Scheißer. Zeig mal, was macht denn die Dieseln? Ja, die wächst einfach schon jetzt. Sie hat schon einen Schwanz mit 1 cm. Du liebe Scheiße. Jetzt kannst du es denken, wenn die mal ein halbes Jahr älter ist. Hast du die für Wurzeln gekriegt? Die kannst du nicht mehr raus nachhauen. Und unsere schöne Weide wird dann Stachelweide, oder was? Ja, eben, genau. Und jetzt haben wir angefangen. Stachelweide. Da ist wieder einer schon her. Der Reinhard hat es an. Hat es schon ausgekommen. Das schafft man ja gar nicht alleine. Hier, schau her. Gut, dass du Handschuhe hast. Ja, wenn die mal groß sind, dann fangen die das Blühen an. Und dann haben wir eine Distelweide. Der geht nicht ganz so lange weiter runter. Schau her, vielleicht ist der noch jünger. Dass der vielleicht ein Jahr alt ist. Ja, der ist noch jünger. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Der ist schon ein alter Knacker. Alter Knacker. Schau mal los. Da sind auch noch mal schon her. Zeig her. Was? Ah, das ist dein Pickel. Da, 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 da hab ich den Langenrauber. Halt, das ist das Lohre. Da, ey. Da ist einer. Da ist einer. Ah. Das ist der da. Okay. Ja, so viele Disteln, du liebe Zeit. Ja, denen geht's bei uns gut. Weil wir haben eine ungedüngte Weide. Außer Schafskugeln, kein Dünger. Ja, der hat schon wieder lange. Ah. Geht auch noch. Geht auch noch. Geht noch. Ja. Ja, aber der fängt schon an. Ja. Ja, das muss man jetzt im Frühjahr machen, gell. Weil im Sommer, letztes Jahr im Sommer, der Dominik, der hat, der hat die erwachsenen Disteln. Der hat eine Schäte angehast. Schäte abgeschnitten. Ja. Der hat eine Schäte angehast. Aber die... Jetzt sind sie halt so. Jetzt sind sie noch mal so. Ja, ja, ja. Aber zumindest konnten sie sich nicht die aussamen. Das ist ja auch ein Problem. Ja. Wo sind denn unsere Schafe? Ach, da ganz hinten. So eine große Weide. Ja, mei. Da haben sie ja jede Menge. Haben wir zwei heute, gell? Ja, haben wir schon. Ja, das sind so eine Menge geworden. Sonst noch eine Botschaft? Ja, das haben wir schon hier. Hast du noch eine Botschaft für die, Niveau, das jetzt anschauen? Du bist doch ein weißer Bauer. Ja, der hat wieder lange Würze hier. Schau den Tragen an. Und was hättest du zu sagen, wenn, wenn jetzt der Krieg zu uns kommt und mit der Distelweide wahrscheinlich wollen... ein U-Kleiner sag ich nicht. Nein. Grüßen. Kann ich einen Titel haben für eine Schwisserei. Ja, genau. Der Mensch muss immer mit seiner Energie irgendwo raus. Ja, eben. Sonst macht er Peng Peng. Man kann sich in der Landwirtschaft immer austoben. Ja. Kein Problem. Super. Jawohl. Also ein erfahrener, alter, weiser Bauer. Ja, genau. Du weißt, wo's lang geht. Oder noch mehr... Das wird eine von letztem Jahr sein. Ja, weil ich kann das ja langfahren. Oh, leck. Gibt's ja gar nicht. Ja, das ist eine alte. Ah, hab ich ja gewissen. Abgerissen. Das nützt nichts, da kommt sie wieder. Ja, das ist ja eine Würze. Und das ist das Problem. So lange Würzweide haben wir. Da brauchst du wieder einen Pickel. Ja. Schau her. Da kriegst du auch jemanden her, wo der Würzl hat. Sieben Würzl hat der geholt. Ja. Über sieben Brücken musst du gehen. Ja, genau. Gell. Ja. Ja, gut dann. Sieben Mal musst du die Asche sein. Dann haben wir wieder was. Also, warte. Jetzt haben wir wieder was dazugelernt, Xaver. Ja. Ich bedanke mich sehr für das Interview. Ja, heißt ja nimmer. Da haben wir noch ein Haufen Finger drauf. Achso. Ich tue ein wenig einen Film reinladen. Ja, da haben wir einen Film machen. Gell. Ja. Ich muss schwere Arbeit im Filmbereich. Achso, ich bin jetzt noch Hedl. Morgen habe ich ihn gesehen. Wir müssen das nicht machen. Weil der Reinhardt schon fertig, gell. Bieti. Warte. Ja. Okay. Ich mache weiter.